Was ist ein Verkehrswendeplan und warum ist er so wirksam? Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen eines Verkehrswendeplanes Tipps für Aktionen und Lobbyarbeit zur Durchsetzung der Vorschläge Mal zurücklehnen und träumen, ihr zeichnet auf einer Karte eurer Stadt oder Region alles ein, was für eine Verkehrswende wichtig ist, autobefreute Zonen in Ortskernen, um Kindergärten und Grundschulen, dazu viele schöne Achsen mit Fahrradstraßen, Wegen und Zonen und einen viel besseren ÖPNV, am besten mit einem Schienenpersonennahverkehr als Rückgrat. Ihr macht das ohne die typischen Abstriche an die eigenen Schieren im Kopf hinsichtlich Machbarkeit, Kosten und so weiter. Dann veröffentlicht ihr das Ganze im Internet und als gedruckter Plan. Verteilt den bei euren Aktionen und bringt ihn in die politische Debatte ein. Das geht nicht. Von wegen. Wer, wenn nicht wir, soll denn einen solchen Entwurf wagen? Und ihr werdet staunen, das scheinbar utopische verleiht Kraft, vor allem Durchsetzungskraft. Verkehrswendeplan Ein Verkehrswendeplan ist eine Karte einer Stadt oder, wenn ländlicher, von einer oder mehr Gemeinden mit zusammenhängender Infrastruktur, auf dem systematisch eingetragen wird, was sich alles verändern soll, um eine Verkehrswende weg vom Auto, hin zu Fuß, Fahrrad und ÖPNV zu erreichen. Er kann dann als großes Plakat bei Veranstaltungen, Infoständen und Aktionen aufgehängt oder Zwecksauslage und Verteilung als Faltplan gedruckt werden. Dabei gilt, habt Mut. Überzeugend ist nicht nur, was sich am Machbaren orientiert oder sogar anders anpasst, was ohnehin politisch angesagt ist, sondern vor allem das, was die gewünschte Wirkung zeigt. Fuß, Radverkehr und ÖPNV müssen schlau verknüpft werden als Also nicht nur Ratentscheid, Forderung nach Nulltarif oder eine Bahnreaktivierung. Motiviert alle schon in diesen Bereichen aktiven Menschen und möglichst viele, die sich jetzt schon im Alltag ohne Auto bewegen, zur Mitarbeit. Ihr Wissen und ihre Vorschläge machen aus dem Plan eine umfassende Sammlung auf hohem fachlichen Niveau. Der Plan sollte für sich stehen, also nicht das Aushängeschild einer Organisation oder mit einer Sammlung vieler Label verbunden sein. Dann wird er nämlich durch passende Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit irgendwann einfach als der Plan wahrgenommen und befeuert mit seinen Inhalten die Verkehrswende-Debatte. Selbst eure GegnerInnen werden sich in ihrer Kritik auf den Plan beziehen. Es gibt endlich ein Gesamtkonzept, um das gerungen wird. Solch ein Plan macht zunächst zwar viel Arbeit, aber dann wird er ein langer und wirkungsvoller Begleiter für euch sein. Ihr könnt alle zukünftigen Verkehrswendeaktionen mit dem Plan begründen, indem ihr genau das temporär per Versammlung, Blockade oder straßenfest umsetzt, was im Plan eingezeichnet wird. Der bildet dann stets das starke Argument im Hintergrund. Was enthält ein Verkehrswendeplan? Einfach alles, was für eine Verkehrswende gut wäre eintragen in die Karte oder als textliche Festlegungen. Nach oben gibt es dabei keine Grenzen, bringt alles rein, was an Vorschlägen formuliert wird und sich nicht gegenseitig ausschließt. Der Plan wird damit deutlich mehr enthalten als das, was alle Beteiligten gut finden. Organisationen mit verschiedenen Schwerpunkten finden nämlich manches von anderen Gruppen übertrieben oder nicht durchsetzbar, während sie bei ihrem eigenen Hauptthema natürlich alles einbringen wollen. Solche Selbstbeschränkungen wären fatal. Schließlich soll der Plan ja genau der große Rahmen sein, der den vielen Einzelforderungen und Zwischenschritten sowie allen Aktionen die Zielrichtung vorgibt. Im günstigsten Fall ist er eine Symbiose aller Vorschläge, also die konstruktive Verknüpfung aller Ideen in einer Art, dass diese sich nicht gegenseitig behindern, zum Beispiel wenn Fahrradstraße und Straßenbahnschienen auf der gleichen Fahrspur wären. Optimal ist es, wenn sich verschiedene Verkehrssysteme gegenseitig fördern, also zum Beispiel Fahrradstraßen zu Haltestellen oder an diesen vorbeiführen, so dass Umstiege möglich sind. Gute Fahrradabstellanlagen an den Haltestellen oder Verleihsysteme von Fahrrädern verstärken die positive Wirkung. Barrierefreie Haltestellen und Fahrzeuge des RPNV fördern die Fortbewegung von Menschen mit Einschränkungen ebenso wie der Verleih von Inklusionsfahrzeugen. Doch wie kommen diese ganzen Vorschläge zusammen? Die Antwort ist einfach, auf so viele Weisen wie möglich. Jede neue Quelle kann neue Vorschläge und Ideen bringen. Fahrt herum, fragt möglichst viele andere Menschen. Recherchiert vorhandene Teil-Vorschläge und baut daraus das Gesamtwerk. In einem passenden Computerprogramm wird dann alles zusammengefügt. Andererseits wartet nicht ewig, die ersten Ergebnisse zu veröffentlichen. Der Plan wird ohnehin dynamisch bleiben, weil neue Ideen hinzukommen oder sich die Verhältnisse durch Um- und Neubauten von Gebäuden, Straßen, Stadtteilen oder politische Beschlüsse verändern. Schritt für Schritt von der Karte zum Plan Zunächst braucht ihr eine gute Kartengrundlage ohne Copyright. OpenStreetMap ist ein Online-Projekt, deren angebotene Karten frei verwendbar sind, mit Quellenangabe. Die Downloadmöglichkeiten eines gewünschten Bereiches als Karte zur Verwendung in einem Grafikprogramm ist etwas versteckt angebracht. Zunächst öffnet ihr die Internetkarte mit dem für euch sinnvollen Ausschnitt. Dieser sollte komplett zu sehen sein. Dann klickt rechts auf den letzten Button im zweiten Block von oben, Teilen, also das Rechteck mit gebogenem Pfeil nach oben. Danach könnt ihr den Ausschnitt auf der Karte auswählen und diesen als PNG, JPEG, SVG oder PDF herunterladen. SVG und PDF bieten als Vektorbilder den Vorteil, dass die entstehende Datei später beliebig vergrößert werden kann, ohne pixelig zu werden. Das setzt aber ein passendes Weiterverarbeitungsprogramm voraus. Für ein PNG oder JPEG solltet ihr eine hohe Auflösung wählen. Falls diese Methode nicht funktioniert oder ihr mit anderen Online-Karten arbeitet, geht es auch per Screenshot, aber da steht's nur als Pixel-Datei. Dabei wird das Gezeigte auf dem Bildschirm als Datei im Zwischenspeicher, Clipboard, gespeichert, übliche Taste, Druck, es gibt aber auch spezielle Programme dafür. Dann fügt ihr das mit Ctrl-V, Einfügen, in ein Grafikprogramm ein und schneidet die überflüssigen Bestandteile aus. Dann wählt ihr den nächsten benachbarten Ausschnitt im Internet aus und wiederholt den Vorgang, bis im Grafikprogramm die gesamte Karte, für den ihr den Verkehrswendeplan entwerfen wollt, fertiggestellt ist. Abspeichern nicht vergessen und diese Rohkarte auch als neutrale Datei sichern, damit ihr sie für verschiedene Zwecke später immer wieder verwenden könnt. Denn das Zusammenpuzzeln macht schon etwas Arbeit. Natürlich könnt ihr versuchen, andere Karten als Grundlage zu erhalten. Für die Darstellung kann zum Beispiel eine Reduzierung des Inhalts Vorteile haben, damit eure Eintragungen besser zur Geltung kommen. Achtet aber auf Urheberrecht. Die meisten Karten sind geschützt. Ihr braucht dann Abdruckgenehmigungen von den Erstellern. Die eigentliche Recherchearbeit sollte auch gleich losgehen. Ein wichtiger Baustein ist das Zusammeln, was bereits an Ideen und Vorschlägen existiert. Trefft euch mit Leuten aus Politik, Verwaltung, von Umweltverbänden, ADFC, VCD und allen anderen, die im Thema aktiv sind und fragt alles, was die schon überlegt, zu Papier gebracht oder sonst wie entwickelt haben in einen Plan ein. Weiteren Input bringt dann eigenes Erkunden der Stadt oder Region. Bewegt euch also immer mal wieder zu Fuß, im Rollstuhl oder mit Rollator, mit Augenbinde oder mit dem Fahrrad durchs Dickicht der Straßen oder fragt Menschen, die so unterwegs sind. Bestand Fahrrad, welche Fahrradverbindungen gibt es schon und wie werden die von den NutzerInnen bewertet? Verbesserungen im Kleinen, welche Fahrradtouren sollten ZB verbreitert, besser abgesichert oder ergänzt werden? Wo ist der Belag schlecht oder stören Kannsteine? Wo fehlen Abstellanlagen für Fahrräder ganz oder sind in einem schlechten Zustand? Große Fahrradachsen schaffen, wo verlaufen zwei oder mehr Straßen parallel durch Orte, Wohnpferden oder als Achsen zu Ortszentren, Schulen, Uni oder Einkaufsmärkten? Welche kann in eine Fahrradstraße verwandelt werden, um in Zukunft Rad- und Autoverkehr zu trennen? Dichtes Fahrradnetz, wo gibt es Wohnstraßen, Feldwege und weitere Schleichwege, die für ein enges Netz von Fuß- und Fahrradverbindungen genutzt werden können? Wo können Verbindungen durch Beseitigung von Lücken oder Barrieren geschaffen werden, damit ein zusammenhängendes Netz entsteht und alle Orte und Ortsteile an Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Bahnhaltestellen und die Zentren der Städte und Gemeinden angebunden sind? Konfliktpunkte entschärfen, welche Querungen von Autostraßen oder Einfahrten sind für Fuß- und Radverkehr gefährlich und wie ließe sich das verbessern? Shared Spaces als attraktive Ortsmittelpunkte, an welchen Plätzen, Kreuzungen und so weiter treffen wichtige Auto-, Rad- und oder Fußverbindungen aufeinander, so dass besondere Zonen gemeinsamer, sicherer Nutzung eingerichtet werden sollten, sogenannten Shared Spaces mit Tempolimit auf 20, besser sogar 10 km pro Stunde, Bodenschwellen zur Temporeduzierung und angenehmer Gestaltung? Verkehr beruhigen, welche besonders empfindlichen Stellen wie Ortszentren und Zonen um Kindergärten oder Grundschulen sollten ganz autofrei werden oder brauchen starke Tempobegrenzungen von 20 oder gar 10 km pro Stunde? Weitere Verbesserungen im Fußverkehr, welche Rotphasen an Ampeln sind für FußgängerInnen unerträglich lang und auf den Autoverkehr optimiert? Welche Straßen, Haltestellen, öffentlichen Gebäude und so weiter sind mit Rollstuhl oder Rollator unerreichbar oder nicht passierbar? Wo fehlen Orientierungshilfen für Blinde? Das alles lässt sich in den Plan einzeichnen. Zudem entsteht ein Text mit den Festlegungen, die überall gelten sollen, wie ein flächendeckendes Tempo 30 oder die Barrierefreiheit an allen Haltestellen. Das ist einiges an Arbeit, aber es lohnt. Schließlich entsteht daraus nicht nur der Plan, sondern ihr sammelt viel Wissen über eure Umgebung, welches nicht nur für den Verkehrswendeplan nützlich ist. Nehmen wir also an, dass ihr mit der Zeit viele eigene Ideen und die Vorschläge anderer zusammengetragen und immer gleich in einen Plan eingetragen oder erstmal irgendwo gesammelt habt. So oder so müssen die ganzen Gefahrenstellen und Vorschläge irgendwann auf die abgespeicherte Karte. Dazu benutzt ihr am besten ein Grafikprogramm oder eine Online-Anwendung, wo ihr die ganzen Eintragungen auf verschiedenen Ebenen, Layer, sortieren könnt. Die unterste Ebene, Hintergrund, ist die Karte selbst, darüber liegen auf je einer Ebene zum Beispiel die Gemeindegrenzen, die Vorschläge für Fußwege und Einrichtungen, eine weitere Ebene zu allem für Radwege und dazu passende Infrastruktur, eine für ÖPNV-Linien oder auch zusätzlich nach Bus, Bahn oder auch weitere Typen getrennt. Das vereinfacht euch später, alles ständig aktuell zu halten, zu ergänzen oder Details zu löschen, wenn neue Entwicklungen einen Vorschlag überflüssig oder unpassend machen. Erstellt dann von den ersten Entwürfen eine Datei, auf der alles zusammen drauf ist, und verschickt die an alle, die zu verkehrspolitischen Sachen aktiv sind mit der Bitte um Kommentare und Ergänzungen. Ihr könnt auch erste Ausdrucke auf Veranstaltungen zu gleichem Zweck präsentieren. Wenn ihr das Gefühl habt, dass die Sache einigermaßen rund ist und die Vorschläge zusammenhängende Netze für Fuß, Fahrrad und ÖPNV bilden, könnt ihr den Schritt in die Öffentlichkeit wagen. Wartet damit nicht zu lange, bloß weil ihr glaubt, es würde noch das eine oder andere Detail hinzukommen. Das wird so sein, aber der Schritt in die Öffentlichkeit und die Verwendung des Verkehrswendeplanes bei Aktionen ist der Game Changer, der euch viel Kraft geben wird. Zudem ist ja Zweck des Ganzen, dass ihr immer wieder neue Anregungen bekommt und die laufend in die digitalen Pläne eintragt. Es gibt daher ohnehin kein Fertig. Die Aktualisierungen könnt ihr digital laufend hochladen. Ab und zu macht ihr zudem neue große Ausdrucke. Mit denen postiert ihr euch zum Beispiel als Infostand in Innenstadt, Ortsteilen, Vorschulen oder anderen großen Einrichtungen und bittet dort die PassantInnen, ihre Anregungen hinzuzufügen. Ihr könnt auch zu Fahrradtouren und kleinen Demos einladen, um eure Vorschläge zu erläutern und Reaktionen zu sammeln. Nutzt die in vielen Orten regelmäßig stattfindenden Radwanderungen oder Critical Mass, um immer ein paar Strecken und Plätze abzufahren, auf denen ihr die Ideen aus dem Plan überprüft oder erläutert. Außerdem könnt ihr den ersten vollständigen Entwurf in einem Pressegespräch erläutern und den Redakteur innen eine hochauflösende Datei überreichen. Wenn ihr Glück habt, erscheint euer Plan dann sogar in der Tageszeitung. Und noch eine Idee, übergebt, wenn ein guter Zwischenstand geschafft ist, die Ergebnisse medienwirksam an Parteien und Verwaltung. Früher oder später macht es dann Sinn, den Verkehrswendeplan in hoher Auflage zu drucken, um ihn direkt an alle Menschen zu verteilen bei Aktionen, Veranstaltungen, auf Infoständen und so weiter. In Gießen entstand zudem ein Präsentationsfilm. Die beste Werbung für eure Vorschläge sind dann Aktionen, die die Vorschläge aus dem Plan für eine gewisse Zeit zur Wirklichkeit werden lassen. Das kann einerseits mit direkten Aktionen geschehen, wenn ihr mit Gehzeugen, vielen Fahrrädern oder als Sitzblockade auf einer Straße demonstriert, die ihr gerne zur Fahrradstraße umwandeln wollt oder in Ortszentren bzw. um Kindergärten, wo ihr euch autofreie Zonen wünscht. Einige Gruppen haben noch spektakulärer agiert, indem sie mit Anklebe- oder Abseilaktionen die Forderungen aus dem Verkehrswendeplan temporär umsetzten. Je nach konkreten Bedingungen könnt ihr dabei aber für Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten belangt werden. Auf keinen Fall dürfen bei Aktionen echte Gefahren für Beteiligte und Unbeteiligte entstehen. Daher ist eine andere Variante oft eleganter, das Versammlungsrecht. Das gibt nämlich mehr hier als allgemein angenommen wird. Den Formen einer Versammlung sind kaum Grenzen gesetzt, außer durch Strafgesetze oder wenn konkrete Gefahren entstehen würden. Alles andere geht. So ist es möglich, eine geforderte Fahrradstraße oder autofreie Zone einfach als Versammlung anzumelden. Dann raden Menschen dort herum oder bevölkern die Straße mit Spielen, Kunst und mehr und genau das ist die Versammlung. Formal müsst ihr nur mit zwei oder mehr Menschen selbst vor Ort aktiv sein. Das liegt ja ohnehin nahe. Infostände, Kinderspiel, Verteilen von Flyern, Spruchbänder und Kreidemalereien auf der Verkehrsfläche lassen alles schön aussehen und vermitteln den Sinn des Ganzen. Nach dem Plan ist vor der Durchsetzung. Der Verkehrswendeplan kann ein echter Game Changer sein. Er verbessert die Darstellbarkeit der Forderungen, stellt zwischen allem einen Zusammenhang her, wirbt für eine echte, weitgehende Verkehrswende und erklärt sie. Vor allem aber verschafft er fortan allen Aktionen, politischen Gesprächen und Veranstaltungen eine anschauliche und argumentationsstarke Grundlage. Er ist zudem ein Leitfaden für Aktionen. Alle im Verkehrsbereich aktiven Gruppen, aber einfach auch alle Menschen und Einrichtungen, die unter Verkehrslärm leiden oder sich eine andere Welt der Mobilität wünschen, können aus dem Plan ableiten, wo sie für konkrete Veränderungen kämpfen können, die dann nicht losgelöst voneinander sind, sondern mit den anderen Forderungen ein gesamtes Mosaik der Veränderung ergeben. Eine gute Möglichkeit sind Aktionstage, an denen in einem Teilbereich gezeigt wird, wie dort die Situation nach der Veränderung, die im Verkehrswendeplan vorgeschlagen wird, aussehen könnte. Sie basieren genau auf der schon beschriebenen Nutzung des Versammlungsrechts. Ein Ausschnitt aus dem Verkehrswendeplan, der mit dem Aktionstag thematisiert werden soll, wird ausgewählt und eine Versammlung angemeldet, durch die genau dieser angestrebte Zustand für einige Stunden, einen Tag oder ein Wochenende hergestellt wird. Soll eine FußgängerInnen oder andere autofreie Zone dargestellt werden, so können AnwohnerInnen alle Initiativen der Stadt, KünstlerInnen und so weiter eingeladen werden, diese Flächen zu füllen. Soll hingegen eine Fahrradstraße temporär geschaffen werden, so sollte diese natürlich frei bleiben fürs Radeln, aber an der Seite könnte ein buntes Treiben und Informieren stattfinden. Wagt euch was? Erobert euch städtische Bereiche und verwandelt sie als Anschauung in den Zustand, den ihr euch wünscht. Der Verkehrswendeplan wäre dann eure argumentative Grundlage, da soll es hingehen und dieser Plan hier erklärt es alles. Um mehr Menschen auf den Aktionstag zu bringen, kann dieser noch mit weiteren Aktionen verbunden werden, ZB-Sternradtouren aus verschiedenen Stadtteilen oder umgebenden Orten zum Aktionstag, Konzerten, politischen Diskussionen, Filmabend und und und. Organisiert euch, aber richtig! Es wäre vermessen, die Erfolge in der öffentlichen Wirkung von Aktionen und Vorschlägen allein bei den Verkehrswendeplänen zu suchen. Sie spielen eine wichtige Rolle. Ohne sie wäre alles deutlich mühevoller, langsamer und wahrscheinlich auch erfolgloser verlaufen. Aber in den Orten, wo mit ihnen agiert wurde, kamen noch mindestens drei weitere Aspekte hinzu, die auch bei euch die Wirkung deutlich erhöhen können. Da sind zum einen die Aktionen, deren Kreativität, Zielgenauigkeit und Ausdrucksstärke dafür sorgen, dass eure Forderungen und Vorschläge wahrgenommen, in die öffentlichen und politischen Debatten hineingetragen werden und Handlungsdruck auf EntscheidungsträgerInnen entsteht. Ein toller Verkehrswendeplan würde wenig nutzen, wenn nur mit müden Mitteln für seine Inhalte geworben würde. Wenn druckvolle Aktionen den Rahmen bilden, macht auch Lobbyarbeit wieder Sinn. Die ist nötig, damit eure Ideen nicht nur in Politik und Verwaltung eindringen und dort zu konkreten Handlungen führen, sondern zudem eine intensive Kommunikation und daraus folgend Kooperationen mit anderen Playern in den Orten entstehen von GeschäftsinhaberInnen bis zu Kindergärten und Schulen. Der dritte wichtige Punkt ist die Organisierung. Natürlich könnt ihr als Runde von aktiven Menschen einfach loslegen, die Prozesse selbst steuern, Wissen von anderen zusammensammeln und dann den Verkehrswendeplan veröffentlichen und Aktionen starten. Das ist auch völlig okay und funktioniert. Allerdings besteht dann die Gefahr, dass auch alles bei euch hängen bleibt und andere die Sache nicht unterstützen, weil sie sich nicht eingebunden fühlen oder mit eurer Gruppe aus irgendwelchen Gründen hadern. Ränkespielchen um Hegemonie, eigener Präsenz und Ausgrenzung anderer werden ohnehin schnell zum Alltag, wenn alles zu einem festen Bündnis vieler Gruppen würde. Solche Runden sind schwerfällig, da die Beteiligten alles immer noch mit ihren Vereinen oder Initiativen abklären müssen. Zudem kommt es oft zu einem, wenn die dabei sind, machen wir nicht mit. Daher sei ein anderer Weg empfohlen, wie die verschiedenen Gruppen, Einzelaktiven und Institutionen in ihrem Ringen um eine Verkehrswende zusammenarbeiten. Nämlich so, wie es auch schon für den Verkehrswendeplan beschrieben wurde. Alle Projekte und Aktionen werden als offene Plattformen organisiert. Ihr verschenkt sonst viel Wirkung, wenn ihr nur als kleine Einzelgruppe, getrennt von anderen Gruppen agiert. Aber auch, wenn Konkurrenzkämpfe um öffentliche Wahrnehmung, Dominanz, Spendensammelei und Anbiederung entstehen. Das geht ganz anders. Schließlich soll der Verkehrswendeplan ja alle Ideen zusammentragen. Es bedarf also keiner Abstimmung und erst recht keines Konsenses über die verschiedenen Vorschläge. Gute Kommunikation ist trotzdem bzw. gerade deshalb nützlich, damit sich einzelne Ideen und daraus folgende Maßnahmen gegenseitig fördern können. Zum Beispiel das Zusammenspiel von Fuß, Rad und öffentlichen Nahverkehr. Ränkespiele darum, welche Vorschläge bevorzugt präsentiert werden, unterbleiben. Die einen finden gute Radwegeverbindungen besonders wichtig. Andere die Barrierefreiheit im ÖPNV und wieder andere stört der Lärm am meisten. Es macht keinen Sinn, da Rangfolgen an Wichtigkeit zu bilden. Schließlich haben alle ihre Sicht und andere Prioritäten. Es wird sogar Themen geben, wo einige dafür und andere dagegen sind. So ist zum Beispiel der Nulltarif vielerorts umstritten. Da der Verkehrswendeplan aber die Zusammenstellung aller Vorschläge in Karte und Text ist, wird dort aufgeführt, was einzelne Beteiligte für wichtig halten, solange es nicht mit anderen Ideen kollidiert. Und auch dann suchen diejenigen, deren Ideen sich gegenseitig behindern oder ausschließen, nach einer Lösung, nicht ein irgendwie geartetes übergeordnetes Gremium oder eine Abstimmung aller. Diese besondere Art der Organisierung kann überall helfen, mehr Wirkung zu entfalten. Auch die Aktionen können so laufen. Eine Person, ein Freund in den Kreis, eine Gruppe, Verband oder Partei hat eine Idee, bereitet die vor und lädt alle zum Mitmachen ein. Das Gesamte entsteht dann aus der Summe der Einzelbeiträge und aus verbindenden Elementen, die sich im Laufe der Vorbereitung ergeben. Der Plan, die Aktionen und Veranstaltungen, alles sind offene Plattformen und ein Mosaik der Vielfalt. Die logische Konsequenz solcher Organisierung ist, dass die Namen und Label der Gruppen nie bei dem aufgeführt werden, was als offene Plattform organisiert wurde, also nicht auf dem Verkehrswendeplan, nicht im Aufruf oder Programmflyer eines großen Aktionstages und so weiter. Müssten alle Gruppen, die sich beteiligen, über diese Beteiligung in den Gremien abstimmen, wäre das nicht nur ein riesiger bürokratischer Aufwand, sondern würde auch zu Ablehnungen führen. Denn meist sind Gruppen mit bekanntem Label ganz offiziell nur bei Aktivitäten dabei, die sie insgesamt gut finden. Bei bunten und offenen Aktionen ist das aber generell nicht zu erwarten, irgendeine andere Gruppe oder eine auf einem verteilten Flyer benannte Forderung gefällt nicht, und schon ist die Gruppe nicht dabei. Werden aber einfach alle eingeladen und es ist klar, dass nie Mensch für alles spricht, dann können Gruppen einfach dabei sein, ihr Ding machen, ohne sich beim Ringen um das Ganze gegenseitig übertrumpfen zu wollen. Sie können bei ihren jeweiligen Aktivitäten gern auch unter eigenem Label sichtbar werden. Das ist sogar gut, denn genau dadurch wird die Vielfalt sichtbar und es scheint, als wären alle gemeinsam aktiv. Auch aus dem Verkehrsplan, der Sammlung aller Ideen, können sich alle Gruppen ihre Lieblingsvorschläge herausgreifen und für diese mit gesonderten Aktionen werben. Das macht dann auch immer den Gesamtplan stärker. Lobbyarbeit mit Plan Die kleinen Aktionen und großen Aktionstage, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen, der Verkehrswendeplan online und auf Papier sowie viele weitere Teilbeiträge zum bunten Ganzen erzeugen hoffentlich eine Stimmung pro Verkehrswende und eine Zustimmung zu konkreten Vorschlägen. Mit diesem Rückenwind und der klaren Ansage, wir sind fähig zu druckvollen Aktionen, lässt sich nun auch gut mit EntscheiderInnen in Politik und Verwaltung verhandeln. Das ist nicht ganz ungefährlich, sind doch die parteipolitischen und Verwaltungsapparate oft gut geübt darin, durch leere Versprechungen oder sogar Belobigungen den Elan der AkteurInnen erlahmen zu lassen, da diese sich falsche Hoffnungen machen und am Ende nichts oder wenig passiert. Denkt daher darüber nach, wie Vereinbarungen oder Versprechungen so ausfallen, dass ihr deren Verwirklichung überprüfen könnt, z.B. durch konkrete Zeitpläne der Umsetzung und eine Transparenz euch gegenüber, wie die Sache weiterläuft. Loppyarbeit ist eine Gratwanderung zwischen Verhandeln und Zeigen, dass ihr auch anders könnt, wenn Zusagen nicht eingehalten werden. Selbstwahlprogramme, Koalitionsvereinbarungen oder sogar Beschlüsse von Parlamenten bedeuten nicht, dass es auch tatsächlich geschieht. Gebt aber der Politik oder anderen AkteurInnen nach Beschlüssen oder Vereinbarungen eine angemessene Zeit, Vorschläge umzusetzen, aber bleibt bereit, wieder in Aktion zu gehen, wenn es nötig wird. Gedanken zum Schluss, die Idee weitertragen. Es liegt in der Natur der Sache. Verkehr lässt sich nicht begrenzen. Ganz im Gegenteil stammt ein Großteil des Verkehrs jeder Stadt und jedes Dorfes aus der Umgebung. Mit den wichtigen Maßnahmen im eigenen Ort kann daher nur ein Teil des Autoverkehrs auf Fuß, Fahrrad und ÖPNV verlagert werden. Verkehrswende muss auch in den Orten der Umgebung stattfinden, gerade auch im ländlichen Raum, denn dort fehlt den Menschen aktuell auf die Möglichkeit, auf das Auto zu verzichten, weil es gar keine und nur sehr schlechte Alternativen gibt. Was also liegt näher, als die Ideen von Verkehrswendeplänen und Aktionen überall hinzutragen. Jede Initiative oder Runde von Aktiven sollte daher den Kontakt zu Menschen rundherum suchen, diese beim Aufbau eigener Initiativen unterstützen und kooperieren, wo immer es geht. Oft bleiben Verkehrswendegruppen in kleinen Orten nämlich klein. Da hilft es, wenn bei Aktionen UnterstützerInnen aus den umliegenden Dörfern und Städten kommen. Auch lassen sich gemeinsame Aktionstage oder Raddemos über Gemeindegrenzen hinweg organisieren. Vielen, die neu anfangen, hilft es, von den Erfahrungen und dem Wissen derer zu lernen, die schon länger aktiv sind. Es ist also mehr als nützlich, dafür einzutreten, dass möglichst überall Verkehrswendeinitiativen aktiv sind, auch ganz praktisch aus dem Eigennutz, dass die Mengen an Autoverkehr, die von dort kommen, dann sinken. Eine Verkehrswende ist überall nötig. Wir unterstützen euch. Dieser Film ist eine Anleitung, selbst Verkehrswendepläne zu entwerfen und für die Durchsetzung der Vorschläge einzutreten. Vielleicht blieben Fragen offen oder ihr habt Lust auf ein direktes Treffen. Dann meldet euch bei uns. Wir gucken, wie wir euch helfen können. Möglich sind Beratung, Rückfragen und so weiter per Telefon oder Mail an uns, gern auch in einem kleinen Online-Treffen, damit von eurer Seite mehrere teilnehmen können. Einen Vortrag oder Workshop bei euch, um für solche Ideen zu werben. In Einzelfällen können wir finanzielle Förderungen vermitteln, zb. für den Druck eines Verkehrswendeplanes oder konkrete Aktionen. Denkt aber dran, wir sind auch nur ehrenamtliche Aktive, also kein Büro, welches dauernd erreichbar ist. Andererseits stehen wir damit auf Augenhöhe, Verkehrswendeaktive, die anderen Aktiven helfen, und vielleicht gebt ihr später euer Wissen ja auch weiter. Wäre schön. Helfen können euch auch unser Anti-Auto-Aktionsbuch, der Film über Verkehrswendeaktionen und unsere Internetseiten mit viel mehr Ideen für konkrete Aktionen zur Verkehrswende. Und jetzt, viel Spaß und Erfolg. Wir drücken die Daumen. Wir drücken die Daumen.